Wenn man Brüche miteinander vergleichen will, so wie es bei dieser Aufgabe hier oben ist, dann muss man einen Trick anwenden. Hier geht es noch relativ leicht, den Trick anzuwenden, hier muss man nur hingucken. Dann sieht man, dass der eine Stück mehr von der Pizza weggegessen hat. Also, der auf der rechten Seite, der hat ein bisschen mehr Pizza. Wenn wir das uns als Bruch anschauen, ist es auch klar, warum. Das eine sind 5 Achtel und das andere sind 6 Achtel. Der, der 6 Achtel hat, ist klar, der hat 1 Achtel mehr, wie der, der 5 Achtel hat. Ist also der Nenner gleich? Dann kann man es relativ gleich vergleichen. Da kann man gleich sagen, der Bruch 6 Achtel, das ist der größere. Deswegen können wir hier auch so ein Zeichen reinmachen. Immer da, wo die Schnauze aufgeht, man kann dieses Zeichen ja als Schnauze sehen, dort wo die Schnauze aufgeht, da ist die größere Zahl. Nur so als Tipp. So, das war jetzt einfach, das nennt man die sogenannten gleichnamigen Brüche. Das sind also Brüche, die den gleichen Nenner haben. Jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger bei dieser Aufgabe. Da haben wir 2 Drittel und 3 Viertel. Wie geht es denn da? Wie kann man da Brüche vergleichen? Einfach hinschreiben wäre fies. Das wäre nicht richtig, da könnte man Fehler machen. Man kann es genau prüfen und das zeige ich euch jetzt. Wenn ich es mir veranschauliche, ist es ziemlich schnell klar. 2 Drittel, ja okay, das ist nicht ganz 3 Viertel, denn der hat weniger Pizza als der hier. Nur, wir müssen ja auch irgendwie drauf kommen, ohne uns jedes Mal so einen Kreis zeichnen zu müssen. Deswegen müssen wir uns mit einem Trick dazu helfen. Wir haben doch gelernt, dass Brüche dann miteinander vergleichbar sind, wenn sie gleichnamig sind. Also den gleichen Nenner haben, wie diese Aufgabe hier oben. Da war der Nenner 8. Hier haben wir unterschiedliche Brüche, also wird es schwierig, das miteinander zu vergleichen. Aber wir haben es in ein paar Stunden davor schon gelernt. Wir können ja Brüche erweitern. Und jetzt erweitern wir halt beide Brüche so, dass sie den gleichen Nenner haben. Dazu müssen wir überlegen, wo passt denn die 3 rein und wo passt die 4 rein. Also auf welche Zahl muss ich erweitern, dass sowohl die 3 als auch die 4 reinpasst. In dem Fall ist es die 12. Da passt die 3 4 mal rein und die 4 3 mal rein. Damit ich jetzt von 2 Drittel auf 12 komme, muss ich ja bekanntlich diesen Bruch mit 4 erweitern. 3 mal 4 gibt 12. Also muss ich auch den Zähler mit 4 erweitern. 2 mal 4 gibt 8. Und auf der anderen Seite hatten wir Zwölftel von Viertel. Das heißt, wir haben mit 3 erweitert. Aufpassen, dass man hier nicht immer das Gleiche macht. 4 mal 3 gibt 12. Also muss ich auch 3 mal 3 gibt 12 rechnen. Und jetzt ist es ganz einfach. Jetzt habe ich zwei gleichnamige Brüche, wo ich leicht vergleichen kann. Denn 9 Zwölftel ist 1 Zwölftel mehr wie 8 Zwölftel. Sehen tut man es dann auch hier, weil das zudem nichts anderes ist wie eine weitere Unterteilung. Das ist derselbe Bruch, ein gleichwertiger Bruch, nur eben anders dargestellt. Nur durch die andere Darstellung, da können wir es noch leichter vergleichen. Denn damit ist 9 Zwölftel und damit ist auch 3 Viertel größer als 2 Drittel beziehungsweise 8 Zwölftel. Zusammenfassend können wir sagen, ungleichnamige Brüche müssen wir gleichnamig machen. Dann können wir Brüche vergleichen. Die waren schon gleichnamig, da konnte ich vergleichen. Die waren ungleichnamig, also musste ich sie erst gleichnamig machen. Wie schaut das Ganze bei den Kommazahlen aus? Um hier einen kleinen Trick wieder zu machen, wir wandeln das Ganze vielleicht mal erst in einem Bruch um. Das sind doch 299 Tausendstel und das sind 30 Hundertstel. Hier haben wir das Problem, wir können sie nicht miteinander vergleichen, weil sie nicht denselben Nenner haben. Auch hier gilt, wir schauen, dass wir denselben Nenner finden. In dem Fall reicht es ja aus, wenn ich den rechten Bruch erweitere. Denn da muss ich nur mal 10 mit 10 erweitern, dann komme ich auf die Tausendstel, die hier schon stehen. Also in dem Fall erweitere ich nur den rechten Bruch auf 300 Tausendstel. Jetzt habe ich überall denselben Nenner und jetzt kann ich vergleichen. Wieder zurückschrieben wäre das 0,299 und 0,300. Hier oben waren nämlich nicht dieselben Stellen, aber wir haben jetzt ja gelernt, dass man theoretisch da einfach auch eine 0 dazuhängen kann. Und damit sind natürlich alle diese Paare, weil sie ja gleich sind, immer der rechte Wert größer gewesen. Man kann sich da auch mit einem kleinen Trick behelfen. Nämlich, man schaut hier vorne bei diesen Zahlen einfach Stelle für Stelle an. Man schaut sich die erste Stelle an, hier die erste Stelle an, die ist identisch, können wir noch nicht vergleichen. Dann gehen wir eine Stelle weiter und sehe da, da ist eine kleinere Zahl wie hier. Und dann bin ich schon fertig, weil dann kann ich nämlich sagen, ah ok, an der Stelle, da ist diese Zahl hier größer, also muss die ganze Zahl hier drüben größer sein. Wir können uns das auf der rechten Seite hier sparen, wo jetzt gerade noch meine Maus ist oder auch das, was drunter steht. Denn theoretisch können wir gleich in der ersten Zeile immer ablesen, welches die größere Zahl war. Ich wollte euch nur nochmal zeigen, woran das liegt, dass wir das miteinander nicht vergleichen können, solange es noch dieselben Stellenfolge hat. Ja, und ich habe es euch mit Brüchen dann nochmal klar gemacht. Wenn ungleichnamige Brüche da sind, muss ich immer erweitern, so lange, bis ich gleichwertige Brüche habe. Manchmal geht es schnell, wie hier bei den Kommazahlen. Manchmal geht es langsam, da muss ich ein bisschen gucken, was ist dasselbe Nenner. Aber wenn ich es auf den selben Nenner gebracht habe, ist es eine Leichtigkeit, es zu vergleichen. Also, das war's. Brüche und Dezimalbrüche vergleichen. Tschüss!